Uh, 100.000 Abonnenten-Special! Wir haben 100.000 Abonnenten und wollten deshalb einfach mal Danke sagen! Deswegen haben wir ein kleines... Großes! Äh, großes Geschenk! Wir zeigen euch unsere Penisse! Warte mal, was? Oh, wie süß! Gut, dass wir das durchgezogen haben. Ja, der jetzt unsere Pimmel gesehen hat, noch ein kurzes Wort, dann könnt ihr auch schnappen gehen. Vielen Dank an 100.000 Bekloppte, die uns tatsächlich abonniert haben! Warum auch immer! Besonderen Dank an den Bekloppten Liv Lloyd, der sich echt so von uns hat ausnutzen lassen. So ein blöd Mann! Kannst du mich auch mal ausnutzen, wenn du verstehst? Leider werden gerade unsere Hintern von Ausbildungs- und Prüfungsstress penetriert. Aber bald ist das vorbei und dann werden wir wieder regelmäßig Videos machen, zwar sehr regelmäßig, mit Piu-Piu-Piu und draußen Action und so. Nicht nur Trim-Action. Und meinen geilen Möpsen. Auf jeden Fall haben wir noch viele geile Projekte geplant. Also... Sobald wir 100.000 Abonnenten auf unseren Radio-Channel haben, laden wir da unsere Geschichte auf YouTube hoch. Und falls ihr es verpasst haben solltet, darunter ist unser letztes Video 5 Schritte zum Erfolg auf YouTube. So wie bei uns es irgendwie nicht geklappt hat. Obwohl doch so ein bisschen... Das sind Titten. Tschüss!